so auf geht's ich glaube hier sieht schon ganz gut aus oder ist eine wand die palmen könnten auch mal wieder gegossen werden also ziemlich trocken hier so richtig grünen sahen die aber auch nicht mehr aus so das tor ist auf ich höre und schwamm mutter ja wir sind wir auch schon mal drauf gegangen kann ich mich erinnern ich sehe die mutter ich mach dir mal kurz kalt ok super nein die ist nicht gestorben nicht gut hier ist noch eine jetzt auch wie sie zum fass geht ja genau da das geräusch gehört so da ist die andere mutter und da ist auch noch eine müssten jetzt 3 sein wo die ist darüber gelaufen hat die ist platt hier gibt es munition sehr gut ja nee dann war das doch nur eine die ist ja echt drüber marschiert so super nachladen nach den hinweis muss auch noch aufdenken ich kümmere mich warum den dicken ja jetzt hat es funktioniert ja jetzt genau ist auch noch verbandszeug falls du brauchst ich bin voll geheilt ok sehr gut so wo ist es denn näher könnte jetzt hier so schräg rüber gehen irgendwie ja ich folgte ja einfach okay nachdem schon wieder hat also die auch da kommt irgendwer anders an die mordler der schlägt sich hier an alter der ist so flink der typ mhm aber jetzt echt nicht geschafft uns anzuzünden ja zum glück mhm ok gute arbeit haben wir beide gleich einen platt gemacht ein zombie für alle fälle gegner ja scheiße hat mich platt gemacht war konnte auch noch markieren wo es scheiße habe ich angefackelt alter so ein profi ja es ist aber noch einer da und wo ich glaube es waren zwei mindestens okay du verkehrt das scheiße ja sie ist das auch das selbst dass was mit Mindestens.